Okay, so kriegt man's gewuppt. Das war mir schon wieder zu knapp, wenn ich ehrlich bin. Hier geht's gut. Okay, da kommt nix. Mach die weg. Das ist, weil ich immer zu gierig werde und zu viel will. Das schaffen wir schon noch. Okay, ich muss nicht mehr angekratzt werden. Warum? Achso, das war der Jäger. Ich wollte gerade sagen, war die Spule so wenig Reichweite. Aber die packen wir. Ich muss die Balliste zum Stehen bringen. Hier fehlt mir auf jeden Fall ein neuer Bogenschütze. Für die Seite. Sonst trau ich mich hier, solange die hier nicht... Das hier nicht sicher ist, trau ich mich hier nicht in den Holzfäller reinzubauen, die aber auch gerade gar nix bringt. Ist aber egal. Geht ums Prinzip. Oh, wo hatte ich zwölf? So, vielleicht kann ich hier jetzt wieder was aufbauen gleich. Scheint auch wieder irgendwas zu sein. Ich bin immer so vorsichtig, wenn die... Sehr gut. Immer auf die Stärksten zuerst. Nicht die Bogenschütze unterschätzen, ehrlich gesagt. Ich kann einiges reißen. Ich muss auch langsam mal anfangen an Eisen zu kommen. Oh, da ist ne Eisenmine. Du... Helfen. Ja, hier hab ich auch bloß noch eine. Sie sind halt noch normaler. Wenn da irgendwie was kommt und ab Tag 17 weiß ich ja, dass die dann schon plötzlich kommen. Mit ihren Wellen. Ich baue es mal lieber in die Ecke. Die Infektionswahrscheinlichkeit geringer. Unsere Soldaten sind in trouble. Was ist passiert? Einige Infektionen rundherum? Achtung. Das Gebäude ist fertig. Okay. Nächste Baustelle wird hier sein. Hier hätte ich sie gern. Auf jeden Fall hätte ich gerne einen großen Schussradius von ihr. Also, nicht einen großen Schussradius. Ich möchte halt, dass sie viel abdeckt. Möglichst. Und dann muss ich jetzt wirklich meine Infrastruktur verstärken. Die ist echt ein bisschen im Argen. Hilf mit. Oh, du hast es nicht. Oh, du hast es nicht. Strafe zu den Harten. Und dann, du hast es nicht. Du hast meine Arten. Du hast es nicht. Units untertack. Faster than my bow. Das hält die jetzt aber aus. Ich steh gleich. Hast gesehen, zurückgedrängt. Kann man auch mit pfeilen. Hier scheint auf jeden Fall irgendwas zu sein. Okay, die greifen die nächsten an, das ist gut. Naja, hol mal die großen raus. Hier bin ich mir ziemlich sicher, dass ich noch einen zweiten brauchen werde. Fangen wir es lieber so. Es könnten tatsächlich zu viele werden hier. Sehr gut. Hier ist irgendwas. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass hier eine Stadt oder irgend sowas ist. Und deshalb... Ich hätte wirklich gerne eine zweite Balliste. Ich bin mir da. Hier kommt mir einfach zu viel angerannt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dass es... Das hier muss irgendwas sein. Hier kann ich auch noch überall Nahrung holen. Neun. Nehmen wir mal die neuen. Besser wird es hier nicht. Ach, keine Energie mehr. Okay. Die ist eigentlich ganz gut, weil sie schießt auf die nächsten. Der holt sich die Starken raus und wenn was zu nahe kommt, wird von ihm weggeholt, beziehungsweise von denen hier. Ich bin grad versucht, das hier zu holen. Sollen sie doch kommen? Sollen sie doch kommen? Hier ist eine super Stellung, um reinzuballern. Da sammeln sie sich nämlich noch zusätzlich. So, das hier müsst ihr eigentlich halten. Das hier ist auch relativ sicher. Na ja, nicht nachfragen. Hier habe ich auch noch überhaupt keine Verteidigung. Wie läuft es hier eigentlich? Läuft echt gut. Ich würde gerne noch mehr anlocken. Wusste ich doch. Hier kamen ja einfach zu viele. Ja. Ja. Was? Kann ich vielleicht... Du gehst mal hier hin. Du gehst mal hier hin. Du kannst mir vielleicht dieses Öl vers... äh, dieses... Super machst du das. Ich bin sehr stolz auf deine Leistung. Und auf deine auch. Ach, kann ich jetzt hier nicht mehr durchlaufen wegen diesen Häusern? Gut. Machen wir die Zelte hier weg. Kann gut sein, dass ich damit zugebaut habe. Und die hätten auch hier unten lang gehen können. Egal. Nicht hinterfragen. Ach so, der ist halt... Die sind natürlich schneller als er. Logisch, dass sie vorher da sind. Und das Öl war mir jetzt eigentlich egal erstmal. Oh nein. Oh nein. Der Grabe... Äh, der Grabe. Der Rabe infiziert unsere Leute. Überruf... Hm... Mehr Goldreserven, die ich nicht lagern kann? Oder mehr neben? Ich nehme auf jeden Fall das. Äh, habe ich... Den Markt sollte ich mal erforschen, ja? Hier kommt gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Hier ist absolute Totenstille. Einen Großteil der nächsten Welle, wenn die hier unten kommt, kann ich hier rüber locken. Das ist ganz gut. Brauche auf jeden Fall jetzt den Markt. Vielleicht kann ich ihn hier so in die Richtung bauen. Okay, die schießt noch das Stärkste. Hier muss ich auf jeden Fall was tun demnächst. Jetzt geht die Energie aus. Ah, wir haben schon 30 Arbeiter. Vielleicht kann ich danach... Mal hier weitermachen. Beziehungsweise ich brauche hier Eisen. Also sowas, was hier oben ist, wäre ganz nett. Kosten. Beziehungsweise die Kolonie. Sie sind aus dem Westen gekommen. Ist alles okay? Kann ich hier eigentlich noch... Achso, hier unten ist auch noch. Wander? Kann ich bestimmt hier ein bisschen rumkiten. Allerdings muss ich aufpassen, dass... Ich nichts entzornen von allen auf mich ziehe. Ich glaube, ich nehme die Soldaten zum Kiten. Okay, das reicht. Hey, komm, ich war hier drauf gelaufen, aber am besten wäre hier. Ah ja, Energiemangel. Ansonsten haben wir alles. Ich finde es viel besser, wenn die alle so viel Leben haben. Ich war doch gerade bei 400 Leben. Oh, Mist. Ich hätte gerne noch eine weitere Balliste. Und zwar hier irgendwo. Allerdings kann ich garantiert nicht bauen. Wenn ich die baue, ist sie sofort weg. Ich vermute mal, ich kann es erst mal vergessen. Also muss ich höchstwahrscheinlich hier gleich in den Wald ziehen. Warte mal, bleib mal hier, du siehst am ehesten. Als erstes zumindest. Was ist denn los? Warum sind die dann langsamer geworden? Habt ihr es gemerkt? Ich würde wirklich gerne hier... Na wohl, hier wäre auch eine gute Position, wenn ich ehrlich bin. Oder was sagt, hier? Könnte ich hier die Mine dann reinbauen? Naja, schauen wir mal. Oder hier vorne wäre eigentlich noch besser. Da kommen sie. Das heißt, der Wall wird erst mal hier gebaut. Ich weiß, dieser Wall ist nicht sicher. Das ist einfach kacke aufgeteilt, muss ich sagen. Was ist das alles? Ach, da kommt der Rest der Welle. Okay. Da kommt der Großteil der Welle. Ich kann hier noch ein paar ablenken. Oh, das ist weniger gut. Einfach rüberlocken. Wo? Ach, er. Komm. Läuft doch. Erst einmal mit dem alten weggeschoben. Das packen wir. Wenn man genug Platz hat, um rumzurennen, dann klappt das auch ganz gut, diese Taktik. Man soll sich nicht darauf verlassen in dem zweiten Level, aber... äh, in der zweiten Welle. Aber es funktioniert. Aber es funktioniert. Hey, mein Handy ist so weit weg und das stört trotzdem. Oh, hier gibt's Gold zum abbauen. Oh, hier gibt's Gold zum abbauen. Das könnte auch sehr lustig werden. Du fängst mal wieder an. Jetzt kann ich alles nach Lust und Laune laufen lassen. So, wir haben Tag 20. Wir müssen jetzt an einigen Stellen hier nachziehen. Hier zum Beispiel. Weil ich jetzt überall Gefahrlaufe angegriffen zu werden sofort. Ja, hier. Ja, hier. Tag 20. Das ist doch faszinierend, dass es doch so funktionieren kann. Das kann für mich jetzt eigentlich bleiben, wenn ich ehrlich bin. Das lief eigentlich echt super, muss ich sagen. Ja. Der Wald kostet ja nix, wenn er aufgebaut ist, deshalb kann man den auch zu jeder Zeit bauen, wenn man will. Ich bräuchte tatsächlich noch irgendwo ein Lager, wenn ich ehrlich bin. Wäre hier ein guter Platz? Aus meiner Sicht eigentlich schon. Allerdings wäre die Mine dann ja ein bisschen ungeschützt. Hier wäre der beste Platz. Also es ist am schwersten, da hochzukommen. Hilf mal mit hier. Einmal ein Pfeil im Kopf und der schießt ihn nochmal im Bauch und dann zerlegt die Leiche. Das lockt die hier, das lockt die von hier hinten hier rüber vor allem. Das könnte zu schlimm werden. Das hier ist auch nicht gut. Deshalb... Würde ich mal sagen, hier ist jetzt auch Ballistenzeit angesagt. Vielleicht können wir uns hier erstmal ein Stück zurückziehen. Ein Steinmetz, klar, den brauchen wir auf jeden Fall. Hier würde ich mich gerne ausfallen in die Richtung. Jetzt kann er ab. Oder was? Ah, okay. Okay. Aber es war eine Frage der Zeit, bis sie auch auftauchen. Genauso hier. Hier. Hier ist jetzt noch die Stärksten. Warum? Nur für den Krieg für den Augenblick. Das ist doch echt krank, oder? Oh, er heilt sich... Die heilen sich prozentual. Das ist sehr faszinierend. Ich dachte, die haben so eine feste voreingestellte Heilungsrat. Aber nein, es geht nach Leben. Du lockst jetzt mal diese Angriffswellen hier. Und alles, was wir noch so finden, hier. Aber mal hier runter. Zu unseren Freunden. Hab ja. Den könnt ihr jetzt verlieren. Boah, ist das... Das war echt ganz mies gerade. Du schießt auf die, du schießt auf den nächsten, okay. Das war's dann wohl erstmal. Okay, wir können den Stein jetzt bauen. Können wir nicht. Zuerst auf die Stärksten. Oh, jetzt läuft's aber grad mal. Jetzt hab ich eigentlich gar keine Lust aufzuhören. Verdammt, das Fass hätte ich gebraucht. Hätte ich wirklich. Okay, dann muss ich vielleicht doch doppelte Verteidigungslinien bauen. Wenn da noch ne HP ins Spiel kommt, dann... ...gerate ich auch so an meine Grenzen. Ich hab das Gefühl, wir triggern diesmal deutlich weniger Gegner. Kann das sein? Ist wahrscheinlich nur ne Frage der Zeit. So, wenn die Balliste steht, kann ich auch hier weiter bauen. Wir haben relativ schlechtes Einkommen, wenn ich ehrlich bin. Wir brauchen mehr Energie. Die Balliste wird uns dann hier schützen, dann kann ich vielleicht endlich mal Eisen abbauen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Okay. Der Verlust des Soldaten war natürlich ein tragischer Verlust. Ich meine, er hat schon mehr Leben gehabt, aber auch die sind nicht unsterblich. Mache ich hier unten aber dicht. Ich weiß gar nicht, können die denn überhaupt noch hier durchlaufen? Andererseits... Mache ich es lieber so, dann können sie hier unten noch durch. Denke ich zumindest. Ich glaube, ich habe meine... Ich habe mich hier eingebaut, ein bisschen kann das sein. Dann kann ich euch auch ganz alle anlocken. Ihr Schweine! Aber schön, das ist ein totes Ende. Die Baupläne sind in Probleme. Ja. Die Baupläne sind in Probleme. Die Baupläne ist auf die starken. Die Baupläne ist auf die nahen, das ist gut. Aber schnell, ich war's! Was willst du, Ero? Am liebsten wäre mir die Knopf am effizientesten schießen. Das heißt, dass er dann überlegt, wo könnte ich am besten die Stärksten in der Masse erwischen. Das wäre sehr interessant. Aber ich glaube, das wäre dann vielleicht zu leicht. Okay. Ich lasse mal beide stehen, weil ich habe das Gefühl, wir werden es brauchen. Was fehlt mir? Arbeiter und Energieanstein. Okay. Dann reichst du genau bis dahin und weiter nicht. Kann ich hier oben mir jetzt das bauen, was ich gerne hätte? Drei Eisen. Mehr werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Oh, da werde ich vier kriegen. Ach, egal. Jetzt habe ich es angeklickt. Habe ich hier noch? Nö. Habe ich alle hier runtergezogen? Ja, macht ja auch Sinn. Hier sind meine Häuser. Der Schaden ist am größten, wenn sie da reinkommen. Beziehungsweise will ich gerne mal wissen. Ohohohoho. Tut mir leid, ich fange es da mal an. Das will ich später haben. Roger das. Du wirst die Häuser, nicht wahr? Ich meine, es ist nicht der beste Platz für Häuser, aber... Wichtle ändert Gefühle. Vielleicht stellt mich die Balliste doch. So. Ich will wirklich das hier haben. Ich will wirklich das hier haben. Okay, dann guck mal. Guter Schuss. Das kriege ich schon abgewährt. Solange ich stärkeres komme zumindest. Geh mal hier rein. Das Gebäude hält jetzt ein bisschen was aus, von daher ist es okay. Stärkstes Ziel. Das war garantiert nicht das stärkste Ziel, aber ist egal. Ich verzeihe dir. Geht's hier schon wieder los? Ähm... Wir haben genug Leute, jetzt brauchen wir eigentlich noch... Ich hätte gern wirklich den Steinmetz langsam. Hab ich gesagt. Hier wäre ein Lagerhaus wahrscheinlich viel, viel effektiver, aber dann baue ich wieder direkt in meine Häuser rein. Ich glaube, ich versuche erstmal den Steinmetz zu kriegen. Später. Da. Die Mühle. Die passt da gut hin. Eigentlich glaube ich, das bringt mir jetzt erstmal gar nichts. Das ist bloß eine gute, äh, gute Ablenkung, wenn ich ehrlich bin. Was eigentlich auch nicht unbedingt schlecht ist. Vielleicht lockt es ja die Gegner in die Nähe. Oh, hier war so viel Platz zum Bauen. Man braucht anscheinend schon zwei Ballisten. Sehr gut. Ich mag's, wenn die viele mit einmal erwischen. Wenn die so schön in Reihe laufen. Aber dann zeigt die Balliste ihr wahres Potenzial. Ja, das ist eigentlich der Grund, warum Ballisten so mega effizient sind. Sie töten halt viele mit einmal. Was, der Steinmetz hier unten noch hin müsste eigentlich. Ach so Mist. Dann halt hier hin. Könnt ihr noch eine Stadt sein? Vielleicht locken auch die Geräusche die einfach nur an. Ich habe auch noch nicht ein... Ey, ich glaube, ich habe wirklich noch nicht einen einzigen Scharfschützen gebaut am Tag 25. Ich meine, es geht noch ohne, aber... Das ist nicht gut. Ich muss halt anfangen zu säubern. Wir sind ja auch ziemlich nah am Kartenrand schon. Da rein. Na ja, okay. Da rein. Ja. Vielleicht. Ach nee, kann ich ja nicht. Vielleicht kann ich ja was machen, aber... Hab ich mich wohl geirrt. Warum kommen so viele vom Kartenrand? Sieht das wie eine Stadt? Oh oh. Das hätte schief gehen können. Die Schutzbarriere ist noch nicht vorhanden. Was kann ich eigentlich reparieren? Holz soll von mir aus. Oh. Oh, okay. Da zahlt es sich halt aus, dass ich hier zwei habe. Braucht... Dieses Eisen hier. Oh. 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 Oh, das ist so... Einzieht eigentlich. Ausziehen wäre doch besser, ich weiß. Ähm. Ah, ihr wisst, was ich meine. Oh, da ist ein Loch. Ich sollte mal stopfen. Habe ich gehört. Oh, wirklich. Wir bauen hier uns zu können. Hier ist sehr nah am Kartenrand. Okay, die werden direkt hier drauf treffen, glaube ich. Ich mach dich aus. Ich mach dich aus. Geh'n da. Danke. Bitte. Wieso darf ich eigentlich keine Steinhäuser bauen? Hä? Ach so, die sind hier. Okay, mein Fehler. Äh. Die Steinmauer wird eh nicht rechtzeitig erforscht. Oh, wenn ich das hab, das baue ich jetzt erstmal eh nicht. So, schauen wir mal. Ich kann euch nicht genau sagen, wo sie hinkommen, aber es wird sehr übel. Ah, ich hab so wenig Holz. Okay, der kommt gleich. Ich glaub, sie treffen direkt hier auf. Du wirst jetzt wahrscheinlich ein bisschen rumrennen müssen mit denen. Naja, ne, mal. Oh, der kommt auch hier. Oh, hab hier. Hä? Hier. Nein. Ich brauch einen Markt. Super. Fuck. Du bleibst hier. Du musst jetzt ein Großteil weglocken. Ach, ich hasse es, wenn das passiert. Dann haben wir es endlich mal so weit geschafft und dann passiert sowas. Toll. Und dann haben wir noch irgendwas abziehen können. Ja, aber ich habe jetzt hier wirklich nicht an der Stelle mit dem Angriff gerechnet. Was willst du jetzt? Du hast geordnet? Sie attacken die Flüchtlinge, die wir hierher kommen. Du hast es. Du wirst dich für die Flüchtlinge kommen, oder? Was willst du jetzt? Great. Oh, wirklich? Das war's. Ich kann mich schon wieder nicht verteilen. Ach, Mann. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass die hierher kommen. So ein Dreck. Das sah super aus. Naja, das war's. Hier, eine Entdeckung. Ach, das hat eh keinen Sinn. Die sind durch. Die sind so clever. Was machst du denn? Also, ich muss sagen, diese Wegfindung ist echt scheiße. Um sämtliche Hindernisse rennen so rundherum. Oh, nein. Das schaffe ich nicht. Ey. Die verfehlen. Das ist neu, oder? Die haben nie verfehlt. Die verfehlen. Die verfehlen eindeutig. Und die ist nicht mal schnell gewesen. Ja, hier hätte ich jetzt hier ein bisschen Ball gebraucht und zwei Ballisten. Das hätte gereicht. Aber nein. Oh, das ist wirklich ärgerlich. Das war ein gutes Spiel. Egal. Das ist das Zeichen für mich aufzuhören und beziehungsweise anzufangen. Dann mache ich jetzt im Gang weiter. Dann sehen wir uns das nächste Mal zu Let's Play Say A Billions. Dieses Spiel jetzt gerade hatte echt sehr gutes Potenzial. Und ich wurde mal wieder überrascht. Ja. Das habe ich zu spät mitgekriegt. Da oben hätte ich wirklich... zwei Ballisten gebraucht. Oder ein Schockturm schon. Ähm, ich hätte wie gesagt zwei Ballisten und ein bisschen Wall und Rumrennen. Das hätte schon viel ausgemacht. Weil so viel sind das nicht. Äh, die Wellen sind tatsächlich weniger schlimm als... Hier ist wirklich das größte Problem den Lärm. Wenn man zu viel Lärm macht, ist Ende. Okay. Dann bis zum nächsten Mal mit Seah Billions. Ich sage tschau mit Wichtleide. Wir werden besser. Jetzt sind wir schon fast bei Tag 30 gewesen. Irgendwann schaffe ich's. Macht's gut. Bye Leute. Bye Leute. Bye Leute. Bye Leute. Bye Leute. Untertitelung des ZDF, 2020